Halliallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge von mir, dem David Nachtmann. Ja, ich habe mich noch ein bisschen weiter runtergraben seit dem letzten Video. Und ja, jetzt sind wir wieder hier unten. Ich habe gerade die Aufnahme gestartet. Kommen wir überhaupt hier noch hoch? Ja, okay. Wir kommen noch hoch. Wir kommen noch hoch. Wir haben nämlich, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich wollte es eigentlich aufnehmen, wollte, habe es dann auch beinahe aufgenommen. Aber dann hat das Ganze nicht funktioniert. Und wir haben jetzt was Neues, und zwar wir haben jetzt so einen Dampfsprung. Und wir sitzen hier unten fest. Mist. Jetzt haben wir ein Problem. Vielleicht ist in dem Löffel hier was, und wir können hier schnell was schnabrieren. Und Wasser. Was mache ich jetzt? Jetzt müssen wir uns auch noch so traben. Oh nein. Das sind neue Gegner, die sind jetzt auf einmal dazugekommen. Zack. Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme wird. Aber ihr seht schon, wir müssen uns nämlich eine neue Pickaxe kaufen. Da unsere Alte zu schlecht schon für hier ist. Also es ist schon viel zu schlecht eigentlich. Und weil ich die ganze Zeit sterbe, muss ich die ganze Zeit neue kaufen. Also muss ich die ganze Zeit halt mein Geld rausschmaßen, um mich neu zu beleben. Wieder zu beleben. Was sehr nervt. Wie soll ich jetzt hier bitte noch zurechtfinden? Bitte. Hallo. 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 Ihr seht jetzt wahrscheinlich nichts. Ich seh auch nichts. Aber hier kann uns hier aus diesem Schattentum befreien. Und ab mit dem Teleporter nach oben. Ich habe nämlich letzte Runde noch ein bisschen weiter gemacht. Wir gehen jetzt erstmal unsere Sachen hier verkaufen. Zack, zack, zack. Kohle Laterne. Dann heißt das jetzt, wir können hier eine neue Spitzsacke kaufen. Du bist trotzdem runtergegangen, bla bla bla. Wir haben jetzt halt nämlich was Neues. Das zeige ich euch nämlich gleich. Das wollte ich eigentlich aufnehmen. Hat jetzt halt nicht funktioniert. Ist jetzt halt mal so... Bronze. Und zwar, was ich euch zeigen wollte, war das hier. Braustwurst. Das kann natürlich auch passieren. Dann gehen wir mal kurz wieder runter. Und gucken, wie... Brauche ich gleich die Nächste oder wie ist meine Pkx immer noch so schlecht? Oh lai, hier ist mich jetzt. Oh lai, hier ist mich jetzt. Ajax. Da, 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 la, 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 la. Bata, 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 da, la, 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 la. Und ich weiß nicht. Ihr müsst wissen, es gibt manchmal so geheimen Sachen, deswegen guck ich immer. Ach nee, nein, nein, das sind... Ach, so lästig. Ich hab das ganze nicht bei Sommel gesehen und... Es gibt eigentlich schon den zweiten Teil, aber wir spielen erstmal den ersten und danach den zweiten, wenn ihr überhaupt noch den zweiten wollt. Werden wir dann ziehen. Wieso ist er jetzt freigekommen? Das find ich doof. Das hier ist ein Ball. Ja, hier unten gibt's dann auch noch ganz ganz große Steine. Ach Mist, hier kommt man erst später hoch, glaub ich. Okay. Ich weiß, ich glaub, hier steht der 7x irgendwie und vielleicht komm ich da noch gar nicht hin. Wenn nicht, wir können gleich nochmal einen neuen kaufen. Boah, ich hab's erst zu spät gesehen. Sofort Pickaxe rausnehmen und draufschlagen. Zack und gleich wieder ein Leben bekommen. Ja, wir können sowieso nicht mal zu viel aufsammeln. Wir hauen wieder nach oben ab. Oh, ich tue dich noch mal. Okay Komm schon. Ich weiß, dass ich Licht brauche. Komm schon. Ich glaube, wir müssen noch mal die Helligkeit ins Spiel zu stellen. Helligkeit. Okay, so ist es ja besser, oder? Weiß ich nicht. Ich brauche es jetzt erst mal. Hey, ist es nicht eigentlich voll OP? Will ich mal so sagen. Ich weiß nicht, was ich jetzt vielleicht machen wollte. Später kommen dann noch so viel heftigeren Gegner. Ja. Ja, endlich! Ich sehe nur was. Die Wasserquellen nicht leer. Mist. Ein Versuch haben wir. Ich weiß nur, ob ich das schaffe. Einen Versuch. Ich weiß wahrscheinlich, was kann ich nicht. Wir müssen uns weiterkramen. Ich weiß nicht. Ja, wir haben ihn geschafft, Leute. Wir haben ihn geschafft. Jetzt laufe ich wieder runter. Das wäre es jetzt. Ein Versuch und ich werde wieder runter. Das ist nicht so weit. Das ist nicht so weit. Ich habe mein PC gelegt, dass ich mehr sehe. Verkaufen wir die Sachen jetzt wieder. Zack, zack, zack. 65. Ist ganz okay, würde ich mal so sagen. Zack, zack, zack. Nein. Das hat er jetzt nicht gemacht. Kaufen wir. Kaufen wir. Eisenpick jetzt brauchen wir als nächstes. Okay. Ich übersprühe. Gehen wir gleich wieder in die Nähe. Zack, 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 zack. Wieso konnte mein Opa eigentlich nicht die beste Spitzhacke haben? Also ganz ehrlich. Also ich meine es jetzt so. Ich glaube, nein. Leute, was hier im Hintergrund. Okay, hier war gerade fast im Hintergrund. Ich mache mal hier so einen kleinen Seitentunnel. Ich würde mich mal fragen, wie das eigentlich alles hier aussieht. Also wenn man alles freigegraben hat, was man freigraben kann. Das würde mich jetzt halt mal so ein bisschen wundern. So ein bisschen fragen. Da unten ist auch schon der Punkt, wo wir als nächstes hin müssen. So lang wird noch die Folge gehen, bis wir da schon lang kommen. Das wäre genau so. Und jetzt machen wir noch eine schöne Spitzung. Auf Wiedersehen. Jetzt bin ich noch auf jeden Fall.